Wo sind die? Eieieiei, was für Schüsse. Hä? Die waren ja wohl... ...on point. Ey, das ist umgefallen. Ja. Ja, ne Schotze. Aber die schießt sie auf dich? Irgendwas hat mich gerade angeschossen. Von? Hier, Brücke. Ich komme zur Brücke. Oh, ich muss noch hören. Wo ist er? Brennst du grad da runter? Nee, du bist oben. Bist du oben oder unten? Er ist oben, er ist oben. Ist tot. Happen, 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 Happen. Minus. Jo, ist weg. Ist weg. Ist alles gut. Oh, fucking hell. Hinter mir! Schießt noch einer auf mich? Muss ausweichen. Ich renne in die Bushaltereien. Okay, ich bin wieder an der Brücke. Wo war das? Container? Keine Ahnung. Irgendwo neben mir. Ja, aber auf jeden Fall auf der Höhe vorne. Auf meiner Seite direkt selber. Granaten. Die nähten mich raus. Auf deiner Seite. Ja, ja. Die wollen mich raus nähten hier. Er springt hier. Er ist hier vorne an der Straße. An der Straße? Ja, jo. Ne. Jetzt rennt er außen. Ja. Er ist hier rechts. Ja, er ist vorne. Er rennt weiter zu dir. Ich weiß nicht, wo er jetzt weiter lang ist. Okay. Ich glaub, du hast ihn, ne? Ah! Ah, der zweite steht direkt vor mir. Fuck! Wo war der? Den weiter unten müsste ich haben. Der andere ist oben auf dem Berg. Ich hab ihn. Ach, da hinten. 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 Das war's für heute. Hinter mir ist, äh, ein Spieler gewesen, oder? Ich, ich, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Hier ist trotzdem jemand am Big Red und hat, glaube ich, eine Granate gezogen gerade. Nee, die habe ich auch gehört. Hinten beim anderen blauen, äh, ja, Lkw, andere Straßenseite, bei dem blauen Ding, wo die Stashes sind. Wisst ihr, was ich meine? Blaue Häuschen. Da ist er drin. Oder dran. Ja, das ist ganz hinten rechts, wo man rausgeht, weil er ist jetzt am Zug oben drin. Er wird da oben auf dem Zug rauf. Links. Ich sehe den jetzt. Er ist ganz unten jetzt, ganz unten links, unter dem Zug, diesen komischen Stieg. Nee, irgendwie, kennt man das? Ja, ja. Mit dem Steg ist er. Die Lade, die Lade, den Ladesteg. Genau unten ist er. Mit einer SVD nur. Müsst du aufpassen. Ja. Ja. Mach mal ein bisschen Kracho. Oh. Hab ihn. Weißt du? Nice. Müsst du nur ne SV98, ne, hier, 98. Wollts ich sein. Ja. Wie? Ah. Oh, Level 18. Wir sind bei den Garagen, ne? Was ist los? Alter, hast du mich verjagt, Mann. Hm? Warum? Ah, ich dachte, du bist noch weiter hinter uns, ey. Ich hab nicht gesagt, ich bin bei den Garagen. Fuck, ey. Er hat nicht viel fehl. Mein Finger, der hat schon die Krabbel. Okay, dann drüber. Oh. Weg ist keiner, Alter. Hinten irgendwo. Wo? Ich weiß nicht. Irgendwo von, ähm. Vom Platz aus. Oder hinter uns. Oder da. Minus eins. Alter. Ich weiß nicht. Kann ich mich kurz zurück. Kann ich mich von da beschießen? Ja. Irgendwie hat er's geschafft. Oder hab ich jetzt einen von mehreren? Weiß ich nicht. Ich flick mich kurz. Okay. Nein. Ich wollte gar nie abcovern und dann hab ich nur wieder einen Headshot bekommen. Na. Um die, um das Haus zu laufen. Ah, scheiße. Hier drinnen, Hock. Will der mich verarschen? Der steht die ganze Zeit hier drinnen in der Toilette. Haben die etwas gekämpft? Nee, hier war einer drinnen. In dieser scheiße Toilette. Und ich stack hier nach und alles. Und auf einmal kommt der raus. Toilette ist unten, ne? Ja. Welches? Das große Bad oder das kleine hier links? Das kleine. Das kleine links. Da war der drinnen. Ich hab ihn. Guck mal, ob das Sturmleiche war. Das ist noch ein anderes. Ja. Es war. Er muss da ein Bad gewesen sein. Da gerade zu genau. Da kam der um die Kurve. Nee, nicht da. Lass mich doch mal kurz. Ich will mich erstmal wiederholen. Mein Mann. Nie. ein 0 von 65 das geht noch ich musste meine rosie anziehen du warst am eingang komplett eingang ja ich habe keine ich fix mich jetzt erst mal und dann mache ich gleich in einer kleinen roten scheiß das ist das ist ja mit mir ins gesicht geschossen hat ich bin weiter links glaube an der mauer da habe ich quasi versuchte in die ecke zu decken und dann habe ich von den typen ins gesicht und Pfff, nicht der Ernst jetzt. Auch ne AKSU-Typ. Die AKSU ist eigentlich scheiße. Warte mal, ich hab doch hier jetzt was. Dann ist halt die Westeridee. Da wird noch geballert gerade oder wurde gerade. Da wird noch geballert. Da wird noch geballert. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wo kann ich raus? Zu B13-Sotten. Haha, renne ich da jetzt rüber, oder? Okay. Viel Glück. Das ist auf der anderen Seite. So, jetzt kommen wir zum nächsten Mal. Wieder nicht zu Rischallah gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020